Herzlich Willkommen zu unserem ersten Bauvideo oder zum ersten Kapitel von unserem Bauvideo und zwar wollen wir einen Tyro 89 zusammenbauen, das ist ein Two-Speak-Copter, also nicht hier so ein Sinnewoop. Den legen wir mal schön auf die Seite und bleibt da hinten. Bevor wir jetzt mit dem Bau von dem Copter anfangen, schauen wir uns in diesem Kapitel jetzt mal zuerst das benötigte Werkzeug an. Fangen wir mal hier an mit den Pinzetten. Die brauchen wir in aller Regel, um zum Beispiel unsere Kabel beim Löten zu halten oder um gerade bei dem kleinen 2,5 Zoll Copter, haben wir sehr feine Schrauben, also M2er Schrauben und da bietet sich gerade hier so eine spitze Stahlpinzette an, um die kleine M2 Schraube dann zum Beispiel an dem Motor ranzuhalten, damit ich die festschrauben kann. Hier habe ich eine bisschen längere Fassung mit einer breiteren Spitze, die ist dann ideal geeignet, um eigentlich die Kabel zu löten. Sollte in keiner Werkzeugtasche fehlen, also wie gesagt, für den Bau von unserem Copter brauchen wir mal eine oder zwei Pinzette. Gerade eben haben wir es jetzt gehabt, vom Kabelhalter beim Löten, was brauchen wir noch, damit wir jetzt die Kabel dann, zum Beispiel unsere Motorkabel oder Akkukabel für den Akkustecker schneiden können, brauchen wir einen sogenannten Seitenschneider. In dem Fall hier habe ich jetzt einen Elektronikseitenschneider von einem Elektronikversender und wie gesagt, der ist eigentlich jetzt nur geeignet für feine Kabel, also dickere Kabel wie Elektroverlegekabel und so, da kann man mit sowas gar nicht schneiden und der sollte für Kabel eingesetzt werden, mit maximaler Durchmesser von einem Millimeter. Auch wirklich nur für Kupferkabel, also wenn man jetzt mit dem Elektronikseitenschneider zum Beispiel ein Stahldraht schneidet, wie er teilweise auch im Modellbau auch Verwendung findet, um zum Beispiel Ruder anzulenken, also sprich als Servoanlenkung oder als Servodraht, dann macht man normalerweise hier die Elektronikseitenschneider kaputt. Also wie gesagt, nur für feine Kabel benutzen. So, wenn wir Kabel schneiden können, brauchen wir natürlich auch was zum die Kabel abisolieren. Kann man natürlich mit dem Messer oder mit der Schere machen, aber mit sowas hier ist das wesentlich flexibler. Das ist eine Automatik-abisoliert-Zange, das heißt hier vorne legt man zwischen die zwei Bagger sein Kabel rein. Und dann, wenn man die Zange betätigt, wird praktisch das Kabel hier dann abisoliert und dann hat man eine saubere Abisolierung, ohne dass die Litze beschädigt wird. Die Zange hier ist jetzt eher für gröppere Kabel geeignet. Für feine Servolizie nehme ich hier so eine kleine Zange. Die ist relativ günstig, besteht eigentlich nur aus Kunststoff bis auf vorne die Messer. Die sind hier vorne so v-förmig eingebaut. Legt man hier vorne quasi die Kabel rein, einmal durchzieher, dann werden die Kabel abisoliert. Hier vorne hat man noch schön einen kleinen Anschlag, so dass man eigentlich immer die gleiche Länge abisoliert. Preislich liegen wir bei Sora abisoliert, sagen wir so bei 15 Euro. Sollte wie gesagt auch in keiner Werkzeugkiste oder auf keiner Werkbank fehlen. So, was wir noch brauchen zum Löten, ist eine Lötstation. Ich habe jetzt hier eigentlich schon ein Profigerät. Das ist von Ersa, eine Icon 2. Das heißt, da kann ich eigentlich zwei Lötkolbe betreiben. Im Augenblick habe ich nur einen dran angeschlossen. Jetzt sage ich hier mal noch, das kann ich jetzt machen, weil der Lötkolber ausgeschaltet ist. Ich habe jetzt hier quasi meinen Lötkolber. Man kann hier vorne die Spitze wechseln, indem man hier die Mutter auftritt. Das ist ein E-Tool. Ich setze es hauptsächlich ein, für feine Kabel am Flight Controller festzulegen. Ich habe mit der Lötstation aber auch schon selber eigene Flight Controller zusammen gelötet mit SMD-Bauteilen und die Regler für die Copter gelötet ganz am Anfang. Also für das hier ist das eine ideale Lötkolbe. Kostet allerdings ein paar Euro. Es geht auch und ist natürlich auch nur, brauchen wir 220 Volt dazu. Also das heißt, auf dem Flugplatz können wir damit nichts machen. Ich zeige aber gleich mal noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, wenn man jetzt unterwegs ist oder wenn man am Anfang jetzt noch nicht so viel Geld ausgeben will, kann man hier so einen transportable Lötkolben nehmen. Das ist eine kleine Miniatur-Lötstation. Und zwar kann man die mit einem normalen LiPo-Akku betreiben. Mit 4S. Und kann man hier die Temperatur einstellen. Wird dann hier auf dem Display die Temperatur angezeigt. Ich habe auch, wie bei der großen Lötstation, hier die Möglichkeit die Lötspitze zu wechseln. Es gibt mehrere Lötspitzer. Also das hier ist jetzt so eine universelle Lötspitze. Für das SMD-Löter gibt es hier noch eine ganz feine Spitze. Oder wenn man jetzt mal noch dickere Kabel löten will, wie bei einem XT60 Stecker, gibt es dann auch noch eine Lötspitze hier vorne, die dann so abgeflacht ist mit dem Keil, damit man mehr Energie reinbringen kann. Bestromt wird das Teil über ein beigefügtes Kabel. Da habe ich mir hier einen XT60 Stecker ran gelötet. Und hier haben wir so einen ganz normalen Multi-Mehrzweck-Klinkestecker. Und wie gesagt, Aufheizzeit ist relativ schnell. Ich meine so um die 20 Sekunden bis der, oder 15 Sekunden bis der auf Temperatur ist. Was ich mir hier noch auf dem 3D-Drucker gedruckt habe, ist eine kleine Hülle. So dass ich quasi den Lötkolber ganz bequem im Wurksack transportieren kann und das halt das Gerät nicht beschädigt wird. In der Zwischenzeit gibt es auch kleine Ledertaschen dafür. Also wie gesagt, ist es ideal, wenn man auf den Flugplatz geht und mal schnell ein Kabel festlöten muss. Und damit wir löten können, brauchen wir natürlich noch etwas anderes. Und zwar brauchen wir hier dann noch den Lötzinn. Ich habe hier mal Lötzinn, so wie ich es immer benutze. Das ist eigentlich von einer großen Rolle runter. Da sind glaube ich so 500 Gramm drauf. Und das ist jetzt noch altes Lötzinn. Das heißt, da ist Blei drin. Da muss man sich dann nach dem Löten auch natürlich die Finger waschen, weil das Blei halt schädlich ist. Genauso auch, dass man möglichst die Dämpfe nicht einatmet. Der Vorteil von dem Lötzinn hier ist, da ist in der Mitte eine kleine Kanüle drin und da ist Kolophonium, also sprich Flussmittel mit drin. Da brauche ich nicht extra Flussmittel drauf machen. Das hier war mal ein Werbegeschenk. Das ist von TBS und da ist halt hier schön in der Spenderbox mit drin. Das heißt, man muss das Lötzinn eigentlich auch gar nicht groß anfassen. Nur wenn ich hier ein Stück rausziehe, muss ich es anfassen und sonst kann ich es hier halten und kann dann ganz gut damit löten. So, ganz wichtig für unseren Kopterbauer, wir müssen schrauben. Und da haben wir hier quasi Imbusschrauberzieher und Kreuzelschrauberzieher. Ich zeige das einmal. Ich habe jetzt hier einen Imbusschrauberzieher. Hier vorne schön mit einem Sechskant für kleine Schrauber. Mit einem Aluminiumgriff, also recht griffig, der liegt auch ganz gut in der Hand. Die sind eigentlich aus dem Hubschraubermodellbau und das sind eigentlich Präzisionsschrauberzieher. Ich habe die nämlich schon mehrere Jahre. Ich habe mit denen auch schon einige Hubschrauber zusammengebaut und auch repariert. Und die sind nicht ganz billig, also kosten glaube ich so um die 20 oder 30 Euro der Satz hier. Halter aber extrem lang. Vor allem gibt es hier die Möglichkeit, dann quasi die Klinge vorne auszuwechseln und zum Beispiel zu ersetzen. Und was halt ganz gut ist hier bei den Alleinschrauberzieher ist, die gehen halt auch bei den Schraubern, die aus China kommen. Die haben in aller Regel einen weicherer Kopf und wenn man da jetzt einen Schrauberzieher benutzt oder einen Innensechskant benutzt, der hier nicht ganz gut geschliffen ist, dann macht man innen drin die Schraube kaputt. Also wie gesagt, hier am Schraubenzieher-Satz würde ich nicht sparen. Da gibt es hier einmal den Satz und dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen teilweise, müssen wir ja auch Muttern anziehen. Und dann gibt es hier auch so Steckschlüssel. Da ist quasi hier vorne so eine Nuss drauf. Und da funktioniert auch noch das gleiche Prinzip. Es sind hier jetzt kurze, kann man sehr gut anziehen, kann man gut in der Hand halten. Ich habe mir jetzt hier halt für meine Schrauberzieher, damit ich die besser aufgeräumt habe auf der Werkbank, habe ich mir so kleine Halter gemacht. Was auch geht ist, wenn man hier so einen kleinen Schrauberzieher-Satz hat. Also das reicht ja locker mal für den Anfang. Ist auch nicht zu teuer. Ist natürlich nicht ganz so griffig, liegt auch nicht ganz so gut in der Hand. Aber ich habe hier schon einmal die wichtigste Schrauberzieher, was ich habe. Also ich habe Torx, Sechskant, Kreuz, Schlitz, Schlitz und habe eigentlich alles dabei. Ich habe auch ein paar kleine Steckschlüssel mit dabei und ein paar kleine Nüsse, wie man zu denen sagt. Und die kann ich natürlich hier sehr gut dann auch beim Kopterbau gebrauchen. Also für den Anfang reicht auch hier so ein kleiner Feinmechanikersatz. Gerade bei den kleinen Koptern ist das völlig ausreichend. Wenn man jetzt hier zum Beispiel von unserem Kopter die Motormuttern andrehen möchte, brauchen wir natürlich auch hier das geeignete Werkzeug. Also ich zeige mal, das nicht geeignete Werkzeug, was ich sehr oft sehe oder gesehen habe schon ist, dass manche dann wirklich, also hier mit der Zange oder mit einer größeren Zange, hier dann die Muttern festmachen. Also das ist eigentlich nicht das richtige Werkzeug. Das richtige Werkzeug ist hier, wenn ich so einen sauberen Griff habe, den ich gut in der Hand halten kann. Und ich habe dann hier quasi eine Nuss. In dem Fall ist es eine Achternuss für die Fünfer Muttern. Und dann kann ich hier quasi auch meine Propeller gut zudrehen. Das kriegt man teilweise auch beim Discounter als Satz. Bietet sich an, mal so einen Satz mitzunehmen. Da hat man dann hier mehrere Nüsse mit dabei. Wie gesagt, für den Kopter brauchen wir meistens die Achternuss. Oder man kann einmal, wenn man beim Onlinehändler irgendwo was bestellt, kann man sich extra so einen kleinen Steckschlüssel kaufen. Gibt es von verschiedenen Drohnenherstellern. Quasi als Zusatzbehörteil. Hat natürlich den Vorteil, man kann es immer dabei haben. Es ist sehr klein. Und wie gesagt, für die Propeller ist das genau ideal. Man hat dann hier auch nicht so viel Drehmoment, als dass man hier dann die Schraube überziehen könnte. Zum Montieren brauchen wir ab und zu einmal noch Zangen. Ich habe hier mal drei Exemplare beispielhaft auf den Tisch gelegt. Das, was wir hier haben, ist eine kleine, eine Miniaturrohrzange. So wie es eigentlich der Klempner oder die Installateurin groß hat. Gibt es meistens bei den Baumärkten so im Kassenbereich irgendwo als kleines Gimmick. Jetzt also für eine Installation im Hausbereich würde ich es jetzt nicht unbedingt benutzen. Aber für uns beim Kopterzusammenschrauben ist das teilweise sehr gut. Wie gesagt, ich kann hier mal ein Zwischermaß machen. Oder, was ich schon hatte war, wenn ich zum Beispiel die Abstandspulse im Kopter festschrauben will, dann hätte ich meistens eine Rändelfläche. Und wenn man die hier mit so einer normalen Zange festhalten will, verkratzt das. Aber hier mit der Rohrzange kann man schön den Druckpunkt einstellen, dann zumachen. Die bleibt gespannt und dann kann ich dann quasi das Aluminiumröhrchen oder den Abstandshalter ganz gut mit der Zange festhalten, bis ich die Schraube reingedreht habe. Hier haben wir dann zwei Spitzzangen, einmal eine abgekröpfte oder eine gebogene. Die sind natürlich ideal, wenn ich irgendwo etwas ein bisschen festhalten möchte. Ich nehme auch hier gerne so eine abgekröpfte Zange, wenn ich dickere Kabel festhalten will, zum Löten. Hat gegenüber der Pinzette teilweise den Vorteil, dass hier einfach das Meer Metall schneller die Wärme von der Isolierung vom Kabel wegführt. Und dann schmilzt man nicht so schnell die Isolierung auf. Hier so eine kleine Spitztange ist auch ganz gut, wenn man irgendwie was montieren will und will was halten. Bei der ist jetzt natürlich der Vorteil, dass die auch von alleine wieder aufgeht. So, was brauchen wir noch für den Copterbau? Cuttermesser, die brauchen wir eigentlich immer bei über dem Modellbau. Ich habe hier einmal ein großes Exemplar. Also ganz normal eigentlich ein Teppichmesser. Und hier habe ich so das kleine für den kleinen Modellbauer. Beide sind eigentlich, nein gut, beide sind recht schwer. Sie haben hier auch einen Metalleinsatz mit drin. Wie gesagt, bei den Messern aufpassen. Oft sind die Klinge sehr sehr scharf. Das Messer nie im ausgefahrenen Zustand transportieren. Also ein bisschen immer einfahren. Auch so, wenn du dann noch im Werkzeugkoffer oder an der Werkzeugtasche drin hast, besteht eine ordentliche Verletzungsgefahr. Ist eigentlich das Universalwerkzeug, brauchen wir immer für irgendwas. Deswegen sollte das auch immer am Flugplatz mit dabei sein. Was wir auch noch brauchen, sind Pfeiler. Um zum Beispiel an unserem Frame vom Copter die Kante zu brechen und das schön glatt zu machen. Und da bietet es sich dann an, hier zum Beispiel so eine Rundpfeile zu nehmen. Mit der kann man dann auch ganz gut teilweise die Bohrungen oder die Kabeldurchführungen oder für das Klettband die Durchführungen vorentgraten. Oder hier nehmen wir so eine Halbrundpfeile, wobei die fast ein bisschen grob ist jetzt. Die wird dann eher für Holz geeignet. Aber wie gesagt, so ein Pfeilersatz ist ganz gut, um das Kohlefaser zu entgraten, mit Vorsicht zu genießen. Und dann kann man hier noch so ein feines Schmirgelpapier nehmen, um dann quasi die Kante noch sauber zu klettern. Vorsicht beim Kohlefaser, wenn man das schleift, bohrt oder feilt. Die Kohlefaserdämpfe sind, also Kohlefaserdämpfe, der Kohlefaserstaub. Der ist sehr fein, geht in die Lunge, wird nicht mehr abgehustet, sammelt sich dort an und ist schädlich. Also wie gesagt, das sollte man dann mit Atemmaske machen. Oder, dass man quasi auch auf jeden Fall mit Wasser arbeitet, dass man quasi den Staub binden kann. Deswegen, wenn das hier ein Nassschleifpapier ist, dann ist das eigentlich ideal zum Schleifen. Da haben wir natürlich auch noch was mit Elektronik zu tun haben, brauchen wir auch einen Multimeter. Und ich habe hier mal auch von einem Elektronikversender ein Standardgerät, das hat Spannung und Wechselspannung, Gleichspannung. Wir haben hier den Ohmschubbereich, wo wir dann Widerstände messen können und einen Durchgangsprüfer. Und bevor man den Copter das erste Mal einschaltet, macht es natürlich durchaus Sinn, hier mit so einem Multimeter das vorher mal die Elektronik zu prüfen und gucken, ob alles passt. Das Multimeter hat keine Vorteile, ich kann hier noch den Strommesser, allerdings nur bis maximal 10 Ampere. Da könnte ich zum Beispiel dann bei kleineren Coptermolle den Motorstrom, den Verbrauch messen. Wie gesagt, 10 Ampere sind aber eigentlich für den Copterbereich schon zu wenig. Da muss man dann eher schon mit einer Stromzange arbeiten oder noch besser, dass man einen eigenen Motortester benutzt. Wenn man jetzt zum Beispiel Bohrungen am Frame hat, brauchen wir noch was. Oder es macht es uns einfacher und zwar, wenn man Bohrungen entgraten will. Ich habe hier einen kleinen Kegelsenker aus dem Maschinenbaubereich. Der ist normalerweise für die Bohrmaschine oder für die Fressmaschine zum Benutzen. Man kann aber auch mit dem ganz leicht, wenn man jetzt eine kleine Bohrung hat, ansetzen und hier zwischen Daumen und Zeigefinger durchdrehen und kann dann quasi die Bohrungen entgraten. Auch ein ganz nützliches Werkzeug. Was auch in der Werkzeugküste nicht fehlen darf, ist im Prinzip hier so ganz normales, handelsübliches Isolierband. Kriegt man auch im Baumarkt, gibt es in mehreren Farben. Ich benutze es sehr gerne, um zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Kopter Regler habe, die auf dem Auslegerarm festgemacht werden müssen, dann tue ich gerne die Regler mit dem Isolierband hier am Kohlefaser festkleben. Wichtig dabei, sehen wir aber dann vielleicht noch später auch im Bauvideo, auf jeden Fall darauf achten, dass die Platine keine Verbindung mit dem Kohlefaser-Chassis hat, weil das gibt dann einen Kurzschluss. So, was haben wir hier? Das ist, was auf dem 3D-Drucker selber gebaut ist. Es ist eine kleine Einschaltbox und zwar folgendes Szenario. Der Kopter ist fertig, jetzt muss ich noch den Empfänger mit der Fernsteuerung binden. Dann stecke ich hier meinen Akkustecker rein vom Kopter. Ich kann das mal kurz zeigen, wie das abläuft. Also ich habe hier quasi den Kopter. Ich stecke dann quasi jetzt hier meinen Stecker rein mit dem Schalter. Ich werde jetzt quasi hier an der Stelle meinen Akku anstecken. Ich habe dann hier den Schalter umgelegt. Jetzt ist noch kein Strom drauf. Der Empfänger liegt quasi im Kopter drin. Ich muss den Bindestecker oder den Bindeknopf mit dem Empfänger drücken. Und wenn ich dann mit einer Hand quasi den Bindeknopf drücken muss und muss dann hier den Akku einstecken, dann ist das, wenn man alleine ist, relativ schwierig. Deswegen habe ich mir quasi hier so eine kleine Box gebaut mit dem Schalter drin. Wird hier der Akku angesteckt, ist ausgeschaltet. Ich nehme den Empfänger, drücke den Bindeknopf, lege dann hier den Schalter ganz bequem um. Der Empfänger wird bestromt, der Bindevorgang wird gestartet. Das sehen wir aber noch in einem eigenen Video, wie wir das einsetzen können. Also wie gesagt, so ein Teil nutze ich eigentlich immer beim Kopter zusammenbauen und beim Binden. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal die paar Minuten zu investieren, um sowas zu bauen. Für die erste Inbetriebnahme von unserem Kopter gibt es noch zwei gute Teile. Eigentlich ist es nur eins, aber für zwei verschiedene Akkugröße. Einmal im XT30-Akkusteckerbereich, also sprich für kleine Kopter. Und einmal für XT60-Stecker hier, das sind groß. Und das Teil ist eigentlich eine Strombegrenzung. Das heißt, bevor ich den Kopter das allererste Mal einschalte, klemme ich das quasi, so wie jetzt wie gerade eben den Schalter, zwischen Akku und zwischen Kopter, Stromversorgung. Und das verhindert dann quasi, dass die Motoren anlaufen und es schützt auch den Kopter davor, wenn ich irgendwo einen Kurzschluss habe, dass man die ganze Elektronik abbraucht. Kostet acht, neun Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar spätestens dann, wenn man das allererste Mal quasi einen Flight Controller oder die Regler abgebrannt hätte. Dann hat sich das Ding auf jeden Fall rentiert. Das ist quasi wie eine elektronische Sicherung und sollte man bei jeder ersten Betriebnahme benutzen. Bei der ersten Betriebnahme heißt es auch immer ohne Propeller. Also hier an der Stelle nochmal gesagt, wir sehen es aber danach bei der Inbetriebnahme. Wenn ich den Kopter ausprobiere, mache ich das immer ohne Propeller. Und am besten hier wirklich mit so einer Strombegrenzung, damit nichts abbrauchen kann, wenn irgendwo ein Fehler drin ist. Bis zum nächsten Mal.